Yo, moin, hier ist Renate und ich habe grausame Langeweile. Und deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen ins Internet gehen. Ich suche jetzt zuerst mal ein paar Bilder von schönen Bullen. Oh, da waren ja schon ein paar anständige Bullen dabei. Dann will ich auch noch mal ein paar Bilder von richtig gutem Gras suchen. Nee, 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 das war ja richtig eklig, das war ja gar nichts für mich. Da suche ich mal lieber einen schönen, gemütlichen, tollen Style für mich. Nee, 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 da war ja nur wirklich auch gar nichts für mich dabei. Na, dann will ich mal lieber aufgeben. Oh, das ist mir lieber ein bisschen langweilig. Und ich sage einfach mal, tschüss, ne? Tschüss. Und ich sage mal, tschüss. Vielen Dank.